er die gehandauern auf eingehendet umgeendet die missgeburt macht nichts obwohl ich bin heute auch schlau da ist ich habe jetzt hier auf Bildschirmvertrauen in Prozent separaten Fenster anzeigen als du ja hab ich abschließend wenn es einfach ist das kann ich dir auch nicht spontan sagen mal sehen was dann passiert das beschlossen jetzt hat er das wieder in den Skype aufgemacht das ist so gut ey ich kock's gleich Hallo Hi Ja Ich will doch nur vernünftig let's playen ohne irgendwelche Vorkommnisse so ich mach mal meine GameCube wieder aus kostet ja alles Strom ja ehrlich ich meine ah ne ne weißt du was ich geh nochmal kurz auf und dann mach ich's gleich nochmal neuer ok mach das bis gleich ja naja aber wir kommen doch einigermaßen voran ich meine du hast schon mal was von den GameCube Würfeln gesehen ja cool hab ich noch nie gesehen GameCube Würfeln da soll uns auch keiner rumstehen leider nein nein ne Moment Moment ja im Moment jedenfalls aber egal kann ich auch wenn ich das will wenn meine Mutter ihn ausrückt also die Wii ach ja da mach nochmal die Bildschirmübertragung weg ja ist schon weg lachflösch ey ja ich mach wieder eingebend den Übertragungen beenden was funktioniert nichts es funktioniert gar nichts das ist cool, das gefällt mir Nee, wir nicht. Ansonsten frage ich irgendwelche anderen Let's Player, wie die das machen. Ey, wer macht denn das? Slagsy? Ah, Slagsy antwortet wird er so ewig nicht. Er hat keine Zeit, keinen Bock. Ja, eben. Der kümmert sich nicht um andere Let's Player. Nee, hat er früher gemacht, aber jetzt nicht mehr. Das kann er verstehen bei, ich weiß nicht, 3.000 hat er jetzt, ne? Oder hat er noch nicht? 2.376. Ich dachte, er hat er bereits einen Monat noch. Emero kommt er auch vergessen. Der hat gleich noch viel mehr. Willst du Emero fragen? Nee, der hat erst recht keine Zeit. Ey, der hat 20.430. Ja, ist doch nett, ne? Ey, das fängt klein an, ne? Ja. Ja. Ja, wenn wir dann doch irgendwann in naher Zukunft oder in ferner Zukunft das dann noch hinkriegen mit der Aufnahme, kriegst du vielleicht auch noch ein paar dazu. Ja, die wollen alle nur nicht, dass du Abos kriegst. Ja, ist einfach so, ey. Ich reiß mir schon den Arsch auf, dann werde ich krank noch auf einmal, dann funktioniert Skype nicht, dann verkackt die Aufnahme. Ja, ich lebe.